Hallöchen. Boah, der ist aber rot. Jetzt müssen wir erstmal ne Stunde warten, bis das wieder weg geht. Perfekt bei Arbeit. Wer bist'n du? Butras. Butras Kanon. Ach, schön. Was machst du so? Instagram, Snapchat. Kann ich da mal vorbeikommen? Natürlich. Ja, Zeit. Dann müssen wir aber alle Photoshoppen, wenn der da immer so rot wie ist. Sprech aus Wahrung. Ist nicht schlimm. Woher kommst du? Aus Borken. Kennt man nicht so. Kennst du, oder? Dann hab ich zur Grundschule gegangen. Ja, Böckmannstraße hab ich gewohnt. Welche Schule bist du dann gegangen? Na ja, auf Remigius, Johann Walling. Ja, die mit A bestimmt. Kenn ich nicht. Weiß ich nicht. Da war ich ja noch klein. Ich bin dann weggezogen mit Acht. Aber Böckmannstraße 12 hab ich gewohnt. Kenn ich nicht. Kannst du dann nach Hause gehen und gucken, wo die ist? Ja, mach ich. Mach ich morgen. Schön. Also jetzt wohne ich in Bochum. Bochum? Ist nicht weit weg vom Bochum. Wohne Michael Seng auch. Oh, guck mal. Hast du was zu tun? Du gehst ihn besuchen und wir haben mal ein Foto. Genau. Schön. Freue ich mich. Du bist nicht alleine hier, oder? Nee. Mit ihr, mit ein paar Freunden, die man so aus den frischen Medien kennt. Aha. Sehr gut. Wir brauchen ein paar Joy-Fuß. Ja. Da vorne ist sie. Also magst du Achterbahn? Ja, natürlich. Okay, dann treffen wir uns nachher auf der Achterbahn. Perfekt. Alles klar. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Challenge. COVID-19